Walt Dahl, Hexen, Hexen, das Rezept. Ich hoffe, ihr habt nicht vergessen, dass ich während all dieser Vorgänge hinter dem Wandschirm hockte und mit einem Auge durch die Ritze starrte. Ich habe keine Ahnung, wie lange das alles gedauert hat, aber mir ist es wie eine Ewigkeit vorgekommen. Das Schlimmste war, dass ich keinen Mucks von mir geben durfte, denn ich wusste genau, wenn ich das täte, dann war es um mich geschehen. Und außerdem hatte ich die ganze Zeit Todesängste, dass eine von den Hexen in der letzten Reihe mit ihren speziellen Nüstern meine Witterung aufnehmen würde. So wie ich es sah, bestand meine einzige Hoffnung darin, dass ich mich seit Tagen nicht gewaschen hatte. Das und das ewige Hochgeputsche und das Klatschen und das Geschrei, von dem der ganze Saal wiederhallte. Die Hexen hatten nichts anderes im Kopf, als ihre Großhexe da oben auf dem Podium und ihren großen Plan zur Vernichtung aller Kinder in England. Dabei hatten sie gar keine Zeit, nach einem einzigen Kind in diesem Saal herumzuschnüffeln. Außerdem, selbst in ihren wildesten Träumen, wenn Hexen überhaupt Träume haben, würden sie so etwas überhaupt nicht vermuten. Ich verhielt mich also mucksmäuschenstill und betete. Der Hassgesang der hohen Großmeisterhexe war nun zu Ende und das Publikum applaudierte wie verrückt und kreischte. Brillant, sensationell, wunderbar, du bist ein Genie, du superkluge. Das ist wirklich eine irrwitzige Erfindung, dieser verzögerte Mausezauber. Und das Allerschönste daran ist doch, dass es die Lehrer sind, die uns die widerwärtigen kleinen Stinktiere vom Hals schaffen. Wir brauchen gar keinen Finger zu krümmen. Wir tun gar nichts. Keiner kann uns belangen und sie werden uns niemals erwischen. »Hexen werden niemals erwischt«, fuhr sie die hohen Großmeisterhexe an. »Und jetzt aufgepasst, kein Geschwatze und kein Gedöse mehr, denn ich werde euch jetzt verraten, was ihr tun müsst, um das Formular 86 wie Tat Mäusemutarium herzustellen.« Plötzlich fuhr ein tiefer Seufzer durch das Auditorium. Ihm folgte ein ohrenbetäubendes Gällen und Kreischen, und ich sah, dass die meisten Hexen aufsprangen und auf das Podium deuteten und dabei schrien, »Mäuse, Mäuse, Mäuse, jetzt kommt die Praxis! Sie will's uns vorführen! Die Blitzgescheite hat zwei Kinder in Mäuse verwandelt und hat sie hier bei sich!« Ich schaute zum Podium. Es stimmte schon, da waren Mäuse, und zwar zwei, die der hohen Großmeisterhexe um die Röcke huschten. Das waren jedoch weder Feldmäuse noch Hausmäuse, auch keine Springmäuse oder Haselmäuse, das waren weiße Mäuse. Ich erkannte sie auf den ersten Blick als meine beiden eigenen, als Willi und Mary. »Mäuse!« schrie das Publikum. »Unsere Gebieterin hat Mäuse aus dem Nichts gezaubert! Holt die Mausefallen! Besorgt den Käse!« Ich sah, wie die hohen Großmeisterhexe auf den Boden starrte und Willi und Mary mit äußerster Verachtung betrachtete. Sie beugte sich nieder, um sie besser sehen zu können. Dann richtete sie sich wieder auf und rief, »Ruhe!« Die Zuhörerinnen wurden sofort still und setzten sich. »Diese Mäuse haben nichts mit mir zu tun!« rief sie. »Diese Mäuse sind zahm! Diese Mäuse gehören ganz offensichtlich einem ekligen kleinen Kind hier aus dem Hotel. Und es wird ein Knabe sein, denn Mädchen haben keine zahmen Mäuse!« »Ein Knabe!« kreischten die Hexen. »Ein scheußlicher, stinkender kleiner Knabe! Wir werden ihn wegwischen! Wir werden ihn zerzischeln! Wir werden uns seine Gedärme zum Frühstück braten!« »Ruhe!« rief die hohen Großmeisterhexe, indem sie beide Arme hob. »Ihr wisst doch genau, dass ihr in diesem Hotel nichts tun und lassen dürft! Dass die allgemeine Aufmerksamkeit auf euch zieht! Klar, diesen übel riechenden kleinen Kerl müssen wir unter allen Umständen verschwinden lassen! Aber das muss so unauffällig und geräuschlos wie möglich passieren! Denn sind wir nicht die überaus ehrenwerten Damen von der königlichen Gesellschaft zur Verhinderung von Kindesmisshandlung?« »Was schlägst du denn vor, o Klügste aller Klugen?« riefen sie. »Wie sollen wir dieses kleine Häufchen Dreck entfernen?« Sie redeten von mir, dachte ich. Diese Weiber diskutierten tatsächlich darüber, wie sie mich abmurksen sollen. Ich begann zu schwitzen. »Wer das auch sein mag! Wichtig ist er nicht!« verkündete die hohen Großmeisterhexe. »Den könnt ihr mir überlassen! Ich werd ihn schon riechen! Und dann mach ich eine Makrele aus ihm und lass ihn zum Mittagessen servieren!« »Bravo!« schrien die Hexen. »Schneid ihm den Kopf ab und hack ihm die Flossen ab und brate ihn braun in heißer Butter!« Ihr könnt euch vorstellen, dass mich das alles nicht gerade fröhlich stimmte. Willi und Mary rannten immer noch da oben auf dem Podium herum und ich sah, wie die hohen Großmeisterhexe kräftig ausholte, um Willi einen Tritt zu versetzen. Sie erwischte ihn genau mit der Spitze ihres Schuhs und ließ ihn durch die Luft segeln. Das gleiche wiederholte sie bei Mary. Ihre Treffsicherheit war beachtlich. Sie hatte einen hervorragenden Fußballspieler abgegeben. Beide Mäuse knallten gegen die Wand und ein paar Augenblicke lang blieben sie betäubt liegen. Dann bekrabbelten sie sich wieder und taumelten davon. »Noch einmal aufgepasst!« rief die hohen Großmeisterhexe. »Jetzt werde ich euch das Rezept für das Fabula 86 Retard Mäuse-Mutarium ansagen. Bleistift und Papier heraus!« Im ganzen Saal wurden Handtaschen geöffnet und Notizbücher herausgekramt. »Sag uns das Rezept, o Blitzgescheite!« rief die Menge ungeduldig. »Verrat uns das Geheimnis!« »Zuerst«, begann die hohen Großmeisterhexe, »mußte ich etwas entdecken, das die Kinder im Handumdrehen glitzeklein machte.« »Und was ist das gewesen?« kreischten die Zuhörerinnen. »Der Teil war poppenleicht«, erwiderte die hohen Großmeisterhexe. »Wenn man ein Kind verkleinern will, braucht man nur ein Fernrohr, um zu drehen, und das Kind verkehrt rum anzugucken.« »Sie ist ein Wunder!« schrie das Publikum. »Wer außer ihr hätte sich so etwas ausdenken können?« »Man nimmt also das falsche Ende eines Fernrohrs«, fuhr die hohen Großmeisterhexe fort, »und dann kocht man's, bis es schön weich ist.« »Und wie lange dauert das?« fragten sie. »24 Stunden leise köcheln lassen«, antwortete die hohen Großmeisterhexe. »Und während das köchelt und köchelt, nimmt man haargenau 54 braune Mäuse, hackt ihnen mit einem Küchenmesser die Schwänze ab und brät die Schwänzchen in Haaröl, bis sie gar und knusprig sind.« »Und was macht man mit den Mäusen, denen man die Schwänze abgeschnitten hat?« erkundigten sich die Zuhörerinnen. »Die dünstet man eine Stunde lang in Frosch oder Krötensaft«, lautete die Antwort. Aber nun aufgemerkt, bis jetzt habe ich euch den leichten Anfang dieses Rezepts gesagt. Jetzt kommt das Problem und das, was wirklich schwierig ist. Man muss nämlich noch etwas hinzugeben, das eine echte Verzögerung bewirkt und es muss etwas sein, dass Kinder im Laufe eines Tages zu einer x-beliebigen Zeit schlucken können, das aber erst am kommenden Tag und nicht vor Schlag 9 zu wirken beginnt, wenn sie nämlich in der Schule eintreffen. »Und auf was bist du da gestoßen, o Superkluge?« riefen sie. »Verrate es uns! Verrate uns das große Geheimnis!« »Das Geheimnis?« verkündete die hohen Großmeisterhexe triumphierend. »Ist ein Wecker!« »Ein Wecker!« kreiften sie. »Das ist ein Geniestreich!« »Natürlich!« antwortete die hohen Großmeisterhexe. »Ein Wecker, der 24 Stunden geht, kann heute gestellt werden und morgen früh um Punkt 9 rasselt er los.« »Aber dann brauchen wir ja fünf Millionen Wecker!« schrien die Zuhörerin. »Einen brauchen wir doch für jedes Kind!« »Blöd, Weiber!« heulte die hohen Großmeisterhexe. »Wenn ihr ein Steak essen wollt, braten ihr doch auch nicht einen ganzen Ochsen!« »Mit den Weckern ist es genauso. Ein einziger Wecker wird für tausend Kinder reichen. Also, jetzt Schluss mit dem Fackeln und aufgepasst!« »So müsst ihr es machen. Ihr stellt euren Wecker, dass er am nächsten Morgen in der Früh um 9 Uhr läutet. Dann röstet ihr ihn im Backofen, bis er zart und knusprig ist. Schreibt ihr mit?« »Sehr wohl, euer Hochgeboren, selbstverständlich!« »Nichtster Schritt!« fuhr die hohen Großmeisterhexe fort. »Ihr nehmt euer geköcheltes Fernrohr und eure gebratenen Mäuseschwänzchen und eure gedünsteten Mäuse und werft alles in den Mixer. Dann mixt ihr das bei Höchstgeschwindigkeit, bis eine schön dicke Paste entsteht. Und während der Mixer läuft, müsst ihr das Dotter von einem Grunzer-Ei hinzugeben.« »Ein Grunzer-Ei?« kreischen die Hexen. »Genau das werden wir tun!« Trotz dieses ganzen Durcheinandergeschreis, das gar nicht abreißen wollte, hörte ich genau, wie eine Hexe in der letzten Reihe zu ihrer Nachbarin sagte. »Ich werde allmählich ein bisschen zu alt dazu, um doch auf die Bäume zu steigen und Vogelnester auszunehmen. Diese ungehobelten Grunzer bauen ihre Nester doch immer an den höchsten Wipfeln.« »Das Ei wird also mit gemixt!« fuhr die hohen Großmeisterhexe vorne fort. »Und dann werden nacheinander folgenden Zutaten hinzugefügt. Die Galle eines Grabenknackers, der Schnabel eines Glatschmaulklauers, die Schnauze eines Krabbelspritzers und die Zunge eines Katzenknilchs. Ich vertraue darauf, dass es euch keine Schwierigkeiten macht, diese Zutaten zu beschaffen.« »Überhaupt nicht!« gröten sie durcheinander. »Wir werden den Glatschmaulklauer mit dem Speer erlegen und dem Krabbenknacker eine Grube graben und in Krabbelspritze erschießen und den Katzenknilch in seiner Sasse fangen.« »Ausgezeichnet!« antwortete die hohen Großmeisterhexe. »Wenn dann alles im Mixer gut durchgemixt ist, wird eine lieblich leuchtende grüne Flüssigkeit entstanden sein. Nun wird ein Tropfen, nur ein einziger winziger Tropfen dieses Saftes, auf ein Stück Schokolade oder auf eine Praline getropft. Und das Kind, das sie gegessen hat, wird schlag neun am nächsten Morgen innerhalb von 26 Sekunden in eine Maus verwandelt werden. Und jetzt noch ein Wort zur Warnung. Die Dosis darf niemals erhöht werden. Ihr dürft niemals mehr als einen einzigen Tropfen auf jedes Stück Schokolade oder andere Süßigkeiten tropfen. Und keinem Kind mehr als eine einzige Praline oder Schokolade geben. Eine Überdosis vom Verzögerungszauber unseres Mäusemachers kann die Zeiteinteilung des Weckers durcheinander bringen und eine schlimme Wirkung haben. Das Kind wird zu früh in eine Maus verwandelt. Eine erhebliche Überdosis kann sogar zur sofortigen Wirkung führen. Und das wollt ihr doch nicht, nicht wahr? Ich werde doch nicht wollen wollen, dass die Kinder direkt in eurem Laden zu Mäusen werden. Das würde die ganze Planung verderben. Das könnt ihr uns alle verraten. Seid also achtsam. Allzu viel tut selten gut.